Okay, dann Beschriftungszeit, eineinhalb Minuten reichen, oder? Ja. Ja. Abwarten. In 90 Sekunden kann man richtig sein. Ja, mal schauen. Problem, ich bin nicht Fani. Mal schauen. Ja, ich sehe auch schon, wir werden uns super wegcringen. Let's go. Ich würde einfach unter jedes Meme Rockleys Namen schreiben. Oh, oh mein Gott. It's so gut. Was heißt das? Ich habe eineinhalb Minuten, Scheiße. Oh. Ich verstehe, ich kann auch anderes Meme machen, das ist gut. Ich kenne doch nicht mal das Original-Meme dazu. Ich finde es auch gut, wenn du es abgibst. Du hast dein Meisterwerk eingereicht. Warte auf die anderen. Was, du hast auch ein Meisterwerk? Das ist ja ein Zufall. Wir haben alle Meisterwerke. Wow. Das richtige Meister am Start. Special. Meisterwerker. Die Katze macht mich wahnsinnig. Was macht sie denn schon wieder? Die mautzt schon den ganzen Stream. Maut. Ich dachte, sie kann nicht miauen. Genau. Wenn die macht... Ich glaube auch nur ein bisschen aufmerksam. Aufmerksamkeit. Kaddi. Kaddi, hör ihm. Gute Kitty. Die will auch nur eine Show. Kitty. Kitty. Die jährliche Kitty-Rockley-Show. Mit Kitty und Rockley ist jeder Tag ein Klacks. Danke. Wiffi, glaube ich. Danke für die Planung. Muss ich dann hier abvoten und downvoten, oder was? Ja. Was denn? Mäh. Mäh. Also, kann man machen, kann man aber auch sein lassen. Einfach mäh. Sehen wir alle das Gleiche? Ich glaube. Habt ihr das mit Montag auf Arbeit? Ja, genau. Erstmal nicht. Bleibzeitig abgestimmt. Ich weiß schon, wer das ist. Aber in Zukunft können wir das bestimmt mal machen. Das ist voll Pockers. Ich werde alles lieben. Was ist der Meme-Buddy-Knopf? Keine Ahnung, was der Meme-Buddy-Knopf ist. Wo? Äh? Nee. Der ist es nicht. Was? Nee. Äh, der ist es ja nicht. Monats-Anfang. Hm. Äh. Ne? Wäre besser gekommen, wenn du sowas geschrieben hättest, wie, äh, zweite Woche im Monat. Dann hätte ich sogar relaten können. Fuck. Ich liebe diesen Affen, ey. Der catcht mich einfach mit egal was. Ein Klassiker. Ja, Mann. Äh. Ah, den finde ich sehr gut. Ich find's schön, wie hässlich ich über mein eigenes Meme lachen kann. Wieso hab ich nur ein Bild gekostet? Das sind die besten hier, so kleine Videos. Ja, ich hol' auch ein Video. Ja, ich hol' auch ein Video. Ja, wohl. Tschüss. Ja, es war... Ich reporte euch. Die ersten drei waren die besten. Sieht man, von wem... Sieht man, von wem... Von was, von wem kommt? Ach so, ja. Ja, 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 ja. Du warst das mit dem Käse? Ach, danke. Ja, ich hab irgendwas reingeschrieben. Ich wusste nicht was. Du willst aber, dass ihr das Meme austauschen könnt unten, ne? Das ist so ein... Ah, schon. Ah, okay. Und warum, wenn der Mainz am meisten Punkte hat, warum hat Amy dann 500 Punkte mehr als ich? Weil ich nen Meme-Buddy bekommen hab. Oh. 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 Ach so, ich kann auf anderes Meme klicken, dann krieg ich mal drauf. Oh nein, ich hab doch keine Meme. Jawoll. Rockley-Memes sind die besten, ich sag's wie das ist. Warum? Ne, Raihan, hör mir mal zu. Rockley-Memes, ne? Der Raihan-Killer war schon etwas länger leer, ne? War schon staubig da unten. Da müssen wir Raihan jetzt ja füttern damit, ey. Ja, wir müssen, glaub ich, den Channel einfach umbenennen. Irgendwie in Brians Meme-Keller, ne? Also, man muss ja auch mal was leisten. Da wird Raihan einfach ersetzt, oah. Ooh. Konkurrenz. Das ist echt ein Kellerteil. Kitty, du kriegst erst in einer Stunde Futter. Die Musik ist immer noch laut. Ich hab sie rausgemacht. Einfach tap muten. Let's go. Zeit ist um. Mensch, Brian, danke für den Follow. Naja, kein Problem. Ja. Kein Problem. Wenn man dem Laub hat, sein Mario Kart aufgehört. Jo, das ist aber wirklich ein Giga-Chat-Moment. Reality ist auch freundlich. Das ist voll unfair. Immer, wenn es irgendwie etwas mit mir zu tun hat, dann muss ich ja liken. Ja, es ist Point-Stealing. Hast du es zinsiert oder was vom... Oder... Oder... Egal. Was? So. Wegen dem... Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ah. Nächstes Meme. Oh mein Gott. Ich schmeiß nicht, ob ich's... Ich weiß nicht, ob ich's... Ich... Das ist aber lustig. Relatable. Das ist wirklich gut. Das hat auf jeden Fall so... So Charakter, den ich kenne, ja. Einfach ich. Und ich mach's trotzdem nicht. Ich mag das Template einfach zu sehen. Ich auch. Ich find die Sonne super im Hintergrund. Ja, die ist wirklich happy. Ja, die freut sich mit einem. Oh. Yeah. Jawoll. Also, die sind einfach Meme-Kings. In dem Spiel bin ich besser als in dem von Discord. Hab ich nicht so gut drinnen gewesen. Ja, Discord. Also, Mana, da bin ich aber enttäuscht jetzt, ne? Bei dir. Also, ich bin eigentlich aus den Minuspunkten raus. Plusstand. Huh. Ja, genau. Keine Schulden mehr. Wieso? Mana hat doch die drittbeste gehabt. Ja, diese Runde schon. Ja. War Gigajet-Moment. Ich hab mir diese Mario-Card-Leute. Oh. Ja. Dazu fällt mir nix ein. Sprach ein anderes. Ähm. Also, das ist schlecht. Das wird ja immer schlimmer, Mann. Ich glaub, wir können die Zeit runterstellen, falls das noch möglich ist, ne? Oder braucht jemand die Zeit? Ich wollt halt nicht durchskippen. Ich will am liebsten halt mit dem arbeiten, was ich halt habe und keine Ahnung. Ja, ich brauch die Zeit. Kannst du noch einmal klicken, neues Meme. Fällt grad nix ein. Fuck it. Hattest du das Situ jetzt eigentlich geschrieben? Oh, nö. Nö. Bleibt das wieder an mir hängen, oder was? Das ist eigentlich echt ne Kugel. Das ist doch öfter mit dem Kontakt gehabt. Nee, gar nicht. Jetzt hat es halt ja auch nicht. Generell, äh, diese, diese. Äh, Scribble, Yo. Äh, Make-It-Memes und so. Das ist eigentlich ziemlich gut. Naja. Loll. Und auch das Meme. Naja. Schon wieder Rockley. Ich fühl mich angegriffen. Okay, mein. Allein dafür kann ich jetzt den Meme-Buddy drücken, weil du das gesagt hast. Danke. Ich werde harassed. Hast mein Twit-Report? Mein Twit ist langer. Das Ding ist, ich stream gar nicht so häufig wie O.W. Bis auf, äh, die Streams mit Aime. Also, das ist schon zu viel. Wow, danke. Irgendwann sind W.O.W. Streams. Aimee ist nicht zu viel. Wir mögen sie. Ich mein mehr W.O.W. Twitch Prime ist kostlos. See, nobody cares. Boah, die perfekte Gelegenheit mit Twitch Prime reinzusuppen. Let's go. Äh. Ja, gut. I mean, NFTs haben Geld eingetrieben. Bei den Scammern. Schon wieder Rockley. Oh Gott. Ich hoffe, du lädst ja auch fleißig alle runter. Nee, bei Download kommt sicher nur so ein Virus. Ja, ich glaub, Raihan wird dieses mögen. Wahrscheinlich war das grad von Mana. Oder eh. Nee. Oh, wie. Minus 200 Punkte. Das mit Raihan, das war, äh. Das mit Rockley und Raihan hab ich gemacht. Ah, ich seh schon die Rockley-Memes. Die sind's nicht mehr. Rockley-Memes erleb ich. Ein Meme. Der zweite ist ein Rockley-Meme. Das erste ist von Rockley. Nee, ist von Pockley. Das ist jemand anderes. Die lustige Version von mir. Oh shit, dazu fällt mein Gott ein. Ich kann nicht aufhören mit den Memes. Das ist super. Ich könnte daraus was machen, aber das wird zu kontrovers. Ich wollte es eigentlich lassen, weil sie sind wieder ein Rockley-Meme geworden. den auch wieder Norden machen. Äh, äh. Hasi. Ja. Hast du mir noch Kartoffelsalat übergelassen? Ja, äh, tatsächlich ein bisschen, ja. Ein bisschen? Das war eine ganze Schüssel. Eine Hasi-Vorption. Willst du mich verarschen? Wie viel hast du denn davon gefressen, ey? Ja. Wow. Weißt du? Du hattest doch gestern schon was. Jetzt sei mal nicht so. Du lachst, ey. Du lachst. Boah, ich bin so planungslos. Das macht gar keinen Sinn, wenn ich gerade reingeschrieben habe. Wirklich gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Der Genshin-Stream-Rockley, der in den Soundtrick abgespielt hat. Das triggert nur Rai. Was? Ist das schön. Das ist gut. Du darfst mich bis heute noch anhören. Ja. Ich hab Genshin angefangen. Ich bin da durch. Durch die Hölle. Oh. Oh. Die Katze, wie sie guckt. Passierschein A38 ist halt legendär. Ja. Zumindest bei Leuten, die in unserem Alter sind. Relatable. Die sind ja alle gut, die Runde. Hab keine Träume. Noch abwarten. Oh Mann. Sind das irgendwie fast alles Rockle-Mins, außer das eine jetzt? Ja. Ja. Irgendwie schon. Es eskaliert. Das war ja straight up ich. Straight up. Aber trotzdem warst du damals bei mir mal zugeguckt. Was meinst du mit damals? Ja, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. 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 Ja, sonst sehe ich. Rockle ist live. Das gefällt mir. Ja. Drei. Ja, das ist schon Brian. Hier Rockle-Mins. Ja. 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 Ich finde das ein super Spiel. Ich fühle mich benutzt. Auf die gute oder auf die schlechte Art? Könnt ihr auch mal von Brian? Könnt ihr auch Brian geben? So hoher als auch wahrscheinlich. Ist auch bestimmt mal gute. Kannst ja mal probieren. Oh mein Gott. Hör auf, mir so Vorlagen zu geben im Spiel. Ich will das nicht. Ja. Es ist zu gut. Ah, schön. Wieso finde ich das lustig? Weil du Pockli bist. True. Oh je, oh je. Na komm. Ich werde es mit Lolle. Nee. Das ist zu sehr Insider. Das ist zu Insider. Mimle für ja, Gude. Ich habe keine Ideen. Ich bin mal gespannt auf die neuen Rockle-Memes. Ich habe jetzt mal keine Rockle-Memen gemacht. Ich war mal uncool. Erstmal disliken. Hoffentlich bin ich die Einzige, die jetzt nicht. Ich habe kein Rockle-Memes gemacht. Wahrscheinlich. Ich habe keinen Ideen. Was fehlt? Ja, Rape. Ich habe nichts hingekriegt. Oh Mann ey. Er drückt einfach Mäh. Was für Mäh. Nicht abgucken. Entschuldigung, aber ich wollte deine Reaktion sehen. Er war jetzt ein... Ah, schön. Verstehe ich. Richtig und wichtig. Es wäre noch besser gewesen, wenn du gemacht hast, wenn Brian am... Am... Hier... Wie heißt euer... Wie du uns hier gerade? Gameday teilnimmt. Anstatt Solo-Küße spielen. Weil eigentlich wollte ich Solo-Küße spielen. Mit Brühern witzig, sagt Aki. Sag ich doch. Brühern-Witze sind auch lustig. Aki, was bist du denn jetzt so? Ich bin wieder gebohrt wie ein Weltmeister. Oh Mann ey. Ich dachte, wir machen keine Rockle-Memes mehr. Das waren es jetzt. Ja, das ist immer das Problem. Ich hatte keine Ideen mehr. Oh Mann. Wow. Oh mein Gott. Hey, das ist ja voll lustig. Das war meine Einstellung für diese Runde. Wenn man das gemacht hat, passt wunderbar. Ich frage mich mehr. Oh, Hasi, 30 Punkte noch. Jetzt kommt die letzte Runde. Jetzt muss ich schon mal einen raushauen. Super. Ich weiß jetzt, wie man Punkte macht. Man muss einfach nur Rockle irgendwo reinschreiben. Ja. Das ist ja super einfach. Rockle hätte ich das mal vorher gewusst. Oh Mann. Wie morgen. Der gute Management. Minus 580 Punkte. Ich kann nicht schon wieder eine Rockle-Memes machen. Nee, komm. Die waren alle nicht so gut. Ich habe was richtig Gutes. Das tut mir jetzt schon leid, Hasi. Das tut mir jetzt schon leid. Oh Mann. Jetzt fangen wir nicht mit Amy-Memes an, bitte. Ist es mehr ein Brian-Meme, aber es ist vielleicht nicht ganz nett hier gegenüber. Wow. Man hat schon ein schlechtes Bild, dann weiß ich, ob man das wechseln soll. Jetzt noch wechseln? Ja, das ist das Problem. Ja, ich habe irgendeinen Scheiß geschrieben. Wow. I like. Ich frage mich, von wem das ist. Aber es ist so wahr. Siehste, kaum benutzt man nicht, Rockle lacht hier keiner. Ist ja langweilig. Siehste, kaum benutzt man nicht. Haha, der ist auch gut. Mhm. Say something smart, Kowalski. Prime Sub is free. Oh, ich habe mich verlesen. Ihr ist schön, ja? Ihr seid schlimm. Das ist bestimmt von Mana. Von Reihahn. Haha. Aber deswegen hatte ich auch kurz drinnen, da war ich auch mal überlegen. Äh, not bad. Prime. Ich finde das so gut. Das ist schön. Ich glaube, wir können gerade alle relaten, oder? Yes. Das ist doch blöd. Das ist doch gut. Äh. Jetzt gewinnen die Meta-Rockley-Memes. Okay, Rockley war gut. Ja, jetzt hole mich mal noch ein, ey. Wenn ich mich ja nie mehr rauskomme. Ja, geh nicht, seid vorbei. Sag doch, seitdem Rockley drin ist, läuft es bei mir richtig steil. Junge, ich habe legit null Punkte bekommen. Jetzt hören wir aber auf mit den Rockley-Memes. Stimmt. Ich, hallo, ich hole gerade auf. Hast du es vorbei hier. Hast du es eh vorbei. Fuck. Ich bin im Rockley-Memes. Das ist dann automatisch. Eine neue Runde. singular Punkte. Ja. Das ist toll. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal.